Woher wisst ihr eigentlich, dass die Farben und die Helligkeit eurer Filme von anderen Betrachtern so wahrgenommen wird, wie ihr es euch eigentlich gedacht habt? Gar nicht so einfach. Ihr könnt natürlich nicht beeinflussen, was der Betrachter für einen Monitor benutzt oder wie er den eingestellt hat, aber ihr könnt für euch selber eine Referenz schaffen, indem ihr euren Monitor kalibriert. Ich erkläre euch heute, wie ihr eine Monitor-Kalibrierung durchführt und was ihr dafür braucht. Also, auf geht's! Wie die Monitor-Kalibrierung funktioniert, ist recht einfach. Wir brauchen erstmal einen Farb-Kolorimeter, was die Farbe, den Kontrast und die Helligkeit erfassen kann und gleichzeitig das Umgebungslicht an deinem Arbeitsplatz in Betracht zieht. Momentan gibt es dann nur einen ernsthaften Hersteller, der seine Modelle auch regelmäßig updatet und das ist Data Color. Von daher ist die Auswahl jetzt auch nicht so schwierig. Ich habe hier das aktuelle Modell, das ist der Spyder X und das ist sein Vorgängermodell, der Spyder 5. Funktionieren beide wunderbar. Ihr solltet vielleicht mal gucken, ob ihr den hier nicht irgendwo gebraucht noch im Internet findet. Die nutzen sich nicht unbedingt ab. Wir gehen jetzt mal rüber an den Rechner und da zeige ich euch die Kalibrierung mit dem X-Modell. So, ihr findet die Software der Spyder X Pro auf der Data Color Homepage. Dort könnt ihr euch das runterladen und installieren. Nachdem ihr das installiert habt, startet ihr einfach die Software und dann geht es erstmal zur Registrierung. Ihr müsst dort die Spyder X Seriennummer eingeben und die E-Mail und dann wird das registriert. Danach geht es zum eigentlichen Vorgang der Kalibrierung. Ihr müsst, bevor ihr das macht, erstmal mindestens 30 Minuten den Monitor schon angehabt haben. Das heißt, der muss so ein bisschen vorwärmen. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr eure Umgebungsbeleuchtung nicht zu dunkel und auch nicht zu hell habt. Also wenn ihr so ein Spotlight mitten auf dem Monitor habt, dann funktioniert das nicht gut. Ja, dann machen wir einfach mal weiter. Im nächsten Menü könnt ihr die vorhandene Backlight-Einstellung für euren Monitor auswählen. Da gibt es einmal den LED-Breit, LED-Standard, dann die allgemeine Einstellung. Diese Einstellung empfehle ich auch, wenn ihr nicht sicher seid, was für euren Monitor jetzt zutrifft. Und wenn ihr das eingestellt habt, dann machen wir kurz weiter. Hier könnt ihr jetzt aussuchen, ob ihr eine volle Kalibrierung machen wollt oder einen schon mal kalibrierten Monitor nochmal nachjustieren. Wir machen jetzt hier in diesem Fall mal das Full-Kile, also eine vollständige Neukalibrierung des Monitors. Bei diesem Punkt bittet euch das Programm nun, am Monitor die Farbtemperatur einzustellen. Ich mache das mal eben. Wir stellen jetzt hier mal auf 6500 Kelvin um und klicken dann auf Weiter. So, jetzt setzen wir das Gerät auf den Monitor auf, auf die angezeigte Fläche. Jetzt analysiert das Gerät, wie die Umgebungsbeleuchtung ist und macht einen Vorschlag. Den akzeptieren wir jetzt mal hier. Und jetzt fängt das Gerät an, deinen Monitor zu analysieren. Nach einer kurzen Zeit macht er dann eine Pause und bittet dich, die Helligkeit richtig einzustellen. Ihr müsst jetzt versuchen, an eurem Monitor die Helligkeit so einzustellen, dass sie in dem grünen markierten Bereich landet. Das war jetzt ein bisschen zu hoch. Das schrauben wir jetzt mal wieder runter. Nochmal auf Aktualisieren. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Und so passt es perfekt. Wenn das erledigt ist, einfach unten auf Weiter und er macht wieder seine Messungen. Ich spule das mal eben vor. So, im nächsten Schritt kann ich jetzt hier dieses Profil für meinen Monitor speichern. Und hier haben wir das Ergebnis. Es lohnt sich also. Wenn ihr euren Monitor jetzt kalibriert habt, dann habt ihr wenigstens ein gutes Gewissen, wenn ihr eure Arbeiten beim Kunden abgebt. Wie der Kunde eure Filme oder Fotos jetzt betrachtet, das könnt ihr leider nicht beeinflussen. Aber ihr habt wenigstens alles für euch mögliche getan. Wie sieht es bei euch aus? Kalibriert ihr euren Monitor oder habt es in Zukunft vor? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ja, da bleibt mir jetzt noch zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin Lars Zacharias. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.